Die Zulassung fürs Studium. Ich kann am 4. nach Tübingen gehen. Jetzt warten wir es mal ab. Was hat der Doktor gesagt? Mama, ich habe seit dem halben Jahr nichts mehr gehabt. Bitte. Ich habe eine Fürbitte gebetet, dass der liebe Gott ein Auge auf dich hat. Ich bin nachts aufgewacht und da waren Fratzen und Stimmen, die haben geschrien. Ich sah in der Dreckschleutert. Von was sprichst du? Vom Teufel? Weißt du, bei wie vielen Ärzten ich schon war? Meine Damen haben die selbst keine Ahnung. Vielleicht solltest du einfach mal akzeptieren, dass du krank bist. Es passiert so viel gerade, ich weiß nicht. Versprich mir, dass du immer zu mir hilfst. Klar. Vielleicht hat Gott mich einfach am Stich gelassen. Lass dich! Heiliger Geist. Heiliger Geist. Komme in mein Herz. Ich will dich deine Macht. Ziehe es an dich. Und gewähre mir Gottes Liebe. Christus Liebe. Christus Liebe. Christus Liebe. Ü можешь. Be новыйigns. Mach cracked. Ein. Ein Tyron. Ich will dich dir deine наша Macht. Ich will dich nicht.